Komm zurück, ich mach jetzt noch einen dritten Part zum Aufnehmen, dann höre ich auch für heute. Ja, du hast Hunger. Dann ess was. Erst was. So, dann mal gucken. So. So ein bisschen schauen, was musst du machen. So, nach oben. Wieder ein Theaterstück. Wir holen hier mal wieder die Zeit etwas vor. Ich hörte heute den Umweg machen und mehr Aufträge an den Gott. Und wieder mit der Klampe spielen. Äh, üben, das war schon. Ähm, äh. Ah. Wir müssen die Klampe spielen. Wir müssen die Klampe spielen. Wir müssen die Klampe spielen. Vielleicht wird er ja besser darin Lauter für Anfänger, ja Lang und flach Ach man, blöd Was soll das Ding kaputt machen? Noch schlimmer als der Trubalex von Asterix Ach ja Ich hab ihn unterhalten Nützen alle irgendwelches Volk So, dauert er weiter, ja Du hast wunderbare Arbeit geleistet Ich plane noch mehr Mitglieder Was sammeln, bevor wir Mit unserem Marsch Zum Schloss beginnen Ich möchte, dass du ein Stück schreibst Und ich möchte es Mit dir zusammen aufführen Leben, Krankheiten, Vergänglichkeit Und Liebe Solltest du das Thema schlachten Mit einbeziehen, um die Leute In Kampfstimmung zu versetzen Und das andere Also muss ich Ich komme nach Vergänglichkeit Also muss ich wieder mit Dr. Barbe reden War das nicht mehr, ne Und Kampfstimmung ist ganz frei Link Ja Gut Gut Dann wollen wir Haben wir, ein von den beiden, hier Stieg ist hier und laut So, jetzt, dann, würde ich sagen Mein, 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 was ist irgendwie Wir besuchen mal mitten in der falsche Farbe als heute, reinspielen erstmal, wieder irgendwo. So, dann lauf mal den weiten Weg zum Metna, die finde ich immer noch geil, möchte ich auch haben. Metna, stell auf, du hast Besuch. Du hast doch ein bisschen Inspiration für mich, ach scheiße, nicht Metna, die andere noch. Ah, unser Doktor, Mist. Eintreten, gehen mal rein, ob er, da ist die ja. So, wir haben jetzt gerade jemand verarzten, wir gucken uns das mal an. Er steht in der Tür und guckt so. Haben Sie etwas ins Wörter auf mich? Dr. Borwell. Ja. Gut. Dann. Müsste Link hier sein, irgendwo. Ja. Jetzt hat er eine komische Richtung an. Ah. Schade. Wenn es da auch sein wird. Schade. Wenn es da auch sein wird. Gehst du dich jetzt noch um, oder nicht? Ja. Hey Link, hast du ein bisschen Inspiration für mich? Ja. Ja. Also. Machen wir eigentlich. Hä? Was krieg ich denn? Muss ich irgendeine Wache anquatschen. Wachen? Ähm. Hm. Versuch mal irgendeine Wache anzuquatschen, vielleicht habe ich ja dann mehr Glück. Äh Zelda, als Wache. Inspiration bitten. Hi. Hast du irgendeine Inspiration für mich? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Tiere und Jagd? Das brauchte ich. Schlachten. Hm. Jetzt gewann ich vielleicht? Woher bin ich? Hä? Krankheit und Vergänglichkeit. Kann man den nochmal? Kann man den nochmal sagen? Nein. Toll. Hm. Das vielleicht auch? What's wronged me? Dann um Inspiration bitte. Oh ja mal. Boah. Habt ihr irgendwas Inspiration für mich? Ja wie? Selda, Ria. Du hast jetzt selbst Königreichen reiched. Was brauchen wir denn für Schlachten? Konstru- ja, ne. Lieber ein Vergangsschätten, so. Der Henker. Ja. Frankreich. Wache. Sagen wir mal die andere Wache gleich, dass die noch was mit Schlachten zu tun. Was haben wir jetzt? Lachen, ja. Liebe und Krankheit und noch irgendwas... ...müsste dann... ...wissen entweder... ...die Schwester müsste auch da sein. Wursten seine Krankenschwester... ...sonst immer hier echt... ...wo haben wir Bände? Ah... ...messch gut doch. Der Henker. Müsste auch irgendwas mit... ...Krankheit... ...wissen. So? Stimm ich so? Henkerin Ingrid? Oder wie der heißt? Ja, Ingrid. Ja... ...ja... 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 ... funcionen was... ...sig opinion... ...hier wir die nochmal... ...soll... Ist auch so blöd. Ich suche ja noch Inspiration, so könnte ich das. Ja. Ähm. Ich benenne den Part. So. Ist er, glaube ich, gell? Ja. Zum Glück, die Krankenschwester ist da. Gut. Dann. Weg. Ja. Ich bin gleich da. Wieso? Nee, trottel jetzt. Magit. So, Magit. Hast du jetzt noch etwas zum Thema zu... Es ist doch nicht da, ey. Das ist ein Hündiger Kick, da. Du wirst an das Ja, wir holen Flynnen Vanek, Eximera Verpackt Kanig, Flaas L embarrassing Wahnsinn, aber weib'e Hier hängt Anne, ja, das ist so eine. Sie? Also? Was ist so etwas? Das? Ach man, chic. Ich dachte, ich meine, das ist so schön. Oh, schuldigung. Okay. Ah. Sehr schön. Du bist so schön. 篭 Die Spir처. Die Spirka. Die Spirka. Sie? 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 Ja, dann gehen wir hoch. Dann kann ich nichts anderes machen, auch wenn die Karte zu ändern. Müssen wir beim nächsten Mal versuchen, ob irgendjemand dieses Liebe und Vergegänglichkeit hat. Alles andere haben wir jetzt. Ab im Bett, bevor du uns umfällst. Sonst hat der Bade alles, oder? Ja, alles. Ja, alles. Gott, dann werde ich sagen. Das war's für heute, was ich schon gesagt habe, das war's für heute, das war's für heute. Ähm, ja. Ist schon fertig. So. Ist auch hier. Es sind so weit. Okay. Hier ein Wunder, also. Na. 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 Ähm, ja. Dann. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich versuche noch. Es ist lieber, äh, Krankheit und Hebrigkeit. Inspirationsteil. Zu suchen. Könnte beim Arzt hier sein oder seine Krankenschwester oder die Röchterin. Äh, Henkerin. Okay. Bis dann. Tschüss.